Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie lange wohnen Sie schon hier? Zu lange. Detective David Mills sucht nach einem Einstieg. Bis zu dem Augenblick, wo ich gehe, werden wir jede Stunde miteinander verbringen. Ich werde Ihnen zeigen, wer Ihr Freund und wer Ihr Feind ist. Ich bin fünf Jahre im Morddezenat gewesen. Aber nicht hier. Jetzt. Sie haben mir nicht gesagt, dass es hierbei um Mord geht. Sind Sie Gefangene in einem Spiel? Keine Fingerabdrücke. Nirgendwo gibt es Zeugen. Stimmt. Das Einzige, was wir von dem Kerl wissen, ist, dass er vollkommen wahnsinnig sein muss. Dass jede Sünde mit dem Tod bestraft. Es gibt sieben Todsünden. Maßlosigkeit. Sie sollten sich das hier mal ansehen. Absucht. Es wird nichts angerührt. Dreckheit, Zorn, Wollust und Neid. Sieben. Wir müssen noch mit fünf weiteren Fällen rechnen. Man fährt die Leiche Dienstag, Dienstagmorgen. Ich hasse diese Stadt. Wir werden den Täter kriegen. Das hier wird ein Musterbeispiel für schnelle Gerechtigkeit werden. Man hat zwei weitere Leichen gefunden. Zwei weitere Opfer. Der Kerl geht methodisch vor. Und das Schlimmste ist, er hat Geduld. Der lacht uns aus. Er hat eine Waffe. Noch zwei Morde, dann ist dein Meisterwerk vollendet. Bringen wir es zu Ende. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Petrow. Haben Sie schon mal etwas derartiges gesehen? Nein. Sieben. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020